Juckoo, ich will dir wieder sein, zwei, neun, Leute. Adventskalender 2022, Türchen Nummer 3. Wir sehen doch erst mal zwei jetzt. So, drei holen, auf, wie geht's? Ja, erst mal die drei holen. Hast du gar nicht noch drei holen? Boah, Leute, guckt mal. Das ist viel. Boah, ja, da brauchen wir gleich, gleich, wenn du sitzt, die Zange. So, also, los geht's mit Türte Nummer 3. Wir machen so auf, da, habt ihr die drei? Ich zeig's euch gleich nochmal, wenn wir die Tüte aufhaben. Jetzt wird erst mal wieder ein Kampf, ein Kampf wird es, den Knoten aufzukriegen. Und du passt bitte da mit der Zange auf, genau. Ich brauche jetzt einfach die Zange. Wahnsinn. Das ist ja... Wieder hier der absolute Oberknaller. Ja. Ich überabschneite. Stein. Die kannst du jetzt einfach da liegen lassen. Wir legen mal dann jetzt gleich die drei auf. Wenn wir den... Meine Finger, also, da geht ja jetzt mal so eng fest dazu machen muss. So, auf geht's. Wir bauen unseren FENTO F20 weiter. So, hier, Tüte Nummer 3. Ja, jetzt sind Gefrierbeutel. Richtig. Tüte Nummer 3. Wir fangen an mit... Da fährt doch was. Ne. So, warte mal. Hier steht aber B bei. Und B heißt eigentlich immer, dass wir was lackieren müssen. Dass wir was anmalen müssen. Jetzt lass uns doch mal gucken, ob B auch wirklich anmalen ist. Einmal Hüpp, Finger weg. B ist 302 anmalen. Willst du es damit machen, oder sollen wir es lackieren? Mit der Dose. Hier, mit dem Ding. Womit sollen wir was machen? Okay. Okay. Womit sollen wir es machen? Ja. Damit? Okay, dann musst du aber gleich einmal... Wenn er das macht, dann muss der Papa dann machen. Ja? Weil er hat ja Puppe auch die Richtung. Nein, du machst bitte nicht die Farbe auf. Aber das ist ein Doppeltipfel. So. Okay. Dann stellen wir das jetzt erstmal weg. Auf, was ist das Ding? Nein, das ist mir nicht. Weil wir uns gar nicht einsam holen, oder? Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Farbe ist. Lass mich mal bitte gucken, hier. Schwarz. Ja, schwarz, seiten. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Doch. Liegt. Nein. Okay. Wir brauchen aber jetzt dafür tatsächlich unsere Unterlage. Luca, du musst uns einmal bitte aufstehen. So. Ich gucke jetzt mal eben kurz hier. Das ist das Normale, glaube ich. Mal nennen wir damit. Wir empfehlen die Farben. Okay. Also wir empfehlen die Farben. Das ist ja alles Jungen, schön. Wir brauchen das. Kannst du mal zum Mama gehen? Ich möchte hier mal bitte zwei Handschuhe nehmen. Ja. So. Ich hole hier mal hier mein Klebeband raus. Und unser Unterlage. Jetzt wird es tatsächlich doch echt cool. weil normalen habe ich ja Bock drauf. Da habe ich gerade so richtig Bock drauf. Nee, das ist tatsächlich für mich. aber du kannst das anderes machen. Nein. Ich muss das hier einmal freigeknipst haben. Ja. Machst du dann einmal bitte da. So. Ganz. Nee, guck mal hier. Das das viereckige Teil muss ab. Jetzt da. Da. und da. Okay. Ja. Müll. Ich muss mal aufpassen. Weil das nicht im Müllland. Wenn die hier drüber halten. Halt es hier drüber. Andersrum abknallen. Dann kannst du ihn da oben machen. Er ist kleiner. Nicht? So. Genau. Und immer gerade. Jetzt musst du den Papa so halten. Die Zange anflächen. Genau. Und der Papa zieht sich mal seine OP-Handschuhe an. Hier, was? Sonst hat der Papa gleich ganz schwarze Finger. Da hat sich irgendwas reingeschickt. Mit den Handschuhe. Ja. Und der Papa. Das ist nicht. Es ist nicht. Einige. Ich bin da nach. Für den Handschuhe. Das ist Müll und dann haben wir hier noch die zwei Teile, die großen Teile. Nicht das ist Müll, nicht das. Nicht das. Genau. Der muss aber nur ab. Genau, das muss nur ab. Okay, der will nicht mehr machen, so ist es nur mit Männern. So. Wahnsinn, was ist hier heute los ist, ist schon wieder aufgenommen. Vielleicht machen wir das auch tatsächlich. So. Dann stecken wir die beiden Sachen mal zusammen. Okay, dann machen wir das nach. Das mache ich mal eben schnell hier. So. 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 So müssen wir das da hinten drin einmal festlegen. So. 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 Eigentlich ist das hitzebeständiges Band. Klebeband. Aber. So. 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 Manchmal trifft man das nicht. Jetzt kannst du mal gucken, ob du den Motorblock mit Getrieben schon mal zusammenbauen kannst. Wie ihr wisst, wir hatten ja vorher den Deutz und den kleinen Porsche. Alles im Click-and-Easy-System und auch nicht bemalbar. Dann war das schon so fertig, normal. Da braucht man tatsächlich nichts machen. Aber hier jetzt bei der Geschichte, finde ich das echt ganz cool, dass wir das machen sollen. Ich glaube, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen, werden wir garantiert noch ein paar Sachen dabei haben. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich der Aqualack. Das ist fertig. Jetzt muss man nur noch das jetzt ändern. Das ist fertig. 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 Ja, jetzt muss ich das fertig. Wir halten das erstmal hier bei Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber wir können die Teile jetzt komplett zusammenbauen. Das heißt, das müssen wir so haben. Und der... Ja, dann holen wir mal... Dann holen wir die Luft hier erstmal kurz zurück auf den Nachbarn der Schoß hier. Okay, das muss man gleich weg tun. So, wir brauchen das Teil... Ja, das habe ich schon gedacht. Ja, und das Teil auch mal. Okay, und jetzt holen wir uns mal das hier rüber. Dann holen wir gleich hier auf. Das ist gar nicht zu fahren. Also... Also... So, ähm... So, das heißt, das Teil müssen wir jetzt haben und... So... 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 Schritt 1... So... Ist das... Da dran... So... Schritt 2... Ist das an vorn rein oder... Ist er jetzt an vorne rein oder...? 缸..... So. 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 Jetzt muss man das verkehrte Teil wieder da hin. So. Super. Und das Teil. So. 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 Ich weiß auch warum. Wir brauchen eine Pfeile. Lieber Luki. Alles in deinem Platz. Alles in deinem Platz. Alles in deinem Platz. Jetzt gucken wir noch mal. So. Wahnsinn. Leute. So sieht es jetzt aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das sieht schon nice aus, oder? Hast du sehr gut gemacht. Perfekt. Und damit sind wir zu dieser Folge jetzt auch schon am Ende. Mit der dritten Folge. Genau. Und wie immer zählt natürlich auch folgendes. Abonnieren. Glocke aktivieren. Damit ihr auch kein... Tschüss. 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 Bye-bye.